Hallo Leute, wie geht's und wie steht's? Willkommen zu einer neuen Folge von Avalangut. Und wozu ist das hier? Ähm, okay. Ja. Verstehe, verstehe. Aber trotzdem gehe ich hier durch. Und betätige alle Schalter. Was zur Hölle ist das denn? Oh, ich ahne nichts Schlimmes. Ich ahne was Schlimmes. Okay. Okay. Bombe sofort machen. Das ist das Wichtigste. Das ist wirklich das Wichtigste. So. Ähm, ja. Er muss mich doch verarschen. Okay, das haben wir. Ähm, ne, 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 ne. Ähm. Okay. Hallo. Achso. Hä? Verdammte Scheiße. Was hab ich jetzt falsch gemacht? Verdammt. Wo ist der nächste Schalter? So, da. Verdammt. Fick dich. Boah, ich hab das doch gesch... Mann. Warum muss ich so dumm sein? Oh. Fick dich. Hä? Wieso komm ich jetzt von unten? Ich verstehe es gar nicht mehr. Hm. Okay, und der nächste ist hier. So, geschafft. Juhu. Ähm. Hallo. Achso, hier ist der nächste. Okay. Hallo. Okay. Verdammt. Los, explodier. Wo ist der nächste jetzt von denen? Hä? Er muss mich doch hier verarschen, oder was? Mann, fick dich ins Knie. Ja, wie oft muss ich das denn machen? Okay. Das sind die letzten. Das hoffe ich noch. Das schaffe ich noch. Geschafft. Juhu. Hä? Was zum Teufel? Er leckt mich doch. Was ist los jetzt? Was ist los jetzt? Okay. Hä? Fick dich doch. Ich habe eine bessere Idee. So. Okay. 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 Ich verstehe es nicht, aber ich mache es trotzdem. Inhalt. Aber wieso komme ich jetzt von unten? Wieso komme ich von unten? Ist da unten ein Weg? Ich ändere mal schnell die Waffe, weil Bombe nützt mir momentan nichts. Das. 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 Okay. Okay, komm. Der erste Schalter. So. So. Okay, komm. Verdammt. Ich brauche die Karte. Boah. Fick dich, Karte. Fick dich ins Knie. Wo war der? Da war er. Irgendwo hier war da einer. Oder wo war er? Hier. Warte. Jetzt war das irgendwo da unten. Ja, da unten war es. Okay. Lauf! So. Fick dich doch. Boah, ich treffe ihn so von weitem auch noch. Hä, wie zum Teufel soll ich das denn machen? Achso. Okay, okay, okay. Das geht jetzt um Geschwindigkeit. Okay, merke ich mir. Das hier. Okay, merke ich mir. Jetzt muss ich schnell nach unten. Wo ist der? Da. Okay, jetzt. Jetzt schnell das Schwert machen. Boah, jetzt geht es um Geschwindigkeit. Okay, so, so. So und so. Geschafft. Ich wusste es, dass es so geht. Okay, merke ich mir. Okay, einmal getroffen. Aber trotzdem gehe ich... Trotzdem kriege ich Gold. Ja, ich kriege Gold. Super, 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 super. Und noch eine Statue von denen. Ähm, okay. Wo ist da jetzt? Die Statue. Da bist du ja. Den, 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 den. Stirb doch, verdammt. Okay. Ich bin Tornark Eishülle 18. So schnell? Geht irgendwie zu schnell für mich. Deswegen gehe ich nach unten. Und gucke mir die Gegend da an. Ich sehe geile Gegner. Okay. Okay. Ähm. Wo bist du? Fick dich. Hier. Kommt her. Was machst du denn in der Ecke? Okay. Erst zerstöre ich das hier. Merke ich mir. Okay. Getötet. So. Der letzte von denen. Komm her. Geschafft. Das war eine leichte Quest. Okay. Geschafft, geschafft, geschafft. Und ich kriege Gold. Oder? Ja, ich kriege Gold. Super, super, super. Ich werde besser. Nö, nö, nö. Ich weiß gar nicht, was zu... Wozu diese Gold-Sachen da sind. Aber ich mache sie trotzdem. Vielleicht bringen die mir irgendwas. Vielleicht auch nicht. Das müsst ihr mal herausfinden. So, wir werden 16. Ähm. Ausweichsmanöver. Okay. Ich denke mal, ich töte das einfach mal. Äh. Mool. So, 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 so. So, so. Fick dich ins Knie. So. Wie viele wollen noch kommen? Stirb. Okay, geschafft. Das ging ja schnell. Mit meinem Feierschwert. Silber. Hm. Scheiße. Aber egal. Okay. Hier ist auch einer von diesen komischen Statuen. Die werde ich auch noch zerstören. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Nö. Nö, 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 nö. Gibt's hier eigentlich nichts? Schade. Irgendwie so ein großer Raum gibt's nicht. Hm. Schade, schade, schade. Schade. Äh. Wo bin ich hier? Warte. Ach so. So ist es also. Verstehe. Verstehe. Hm. Hier war der Anfang, wo wir nach rechts gehen, nach links gehen konnten. Oder rechts. Ähm, ich meine rechts, ach, links oder oben meine ich. Sind ja immer umgegangen. Jetzt versuche ich mal einen anderen Weg als links und gehe mal nach oben. Oder ist es falsch? Versuch mal. Warte, da waren wir ja. Hier. Ach so, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Warte, warte. Warte, ich gehe mal wieder zurück. Ich muss mal erst alles erkunden. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wo ich jetzt hingehe. Okay, da gibt es noch einen Weg dahin. Die probieren doch mal gleich aus. Okay, wie siege alle Gegner. Das ist die Eishülle 6. Was zur Hölle? Kettensäge oder was? Übertreibt doch gleich. Ich wusste gar nicht, dass das ein brutales Spiel ist. Ach du heilige Scheiße. Okay, okay, okay. Ihr Kettensägen besiege Eiswesen. Nun, 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 nun. Okay, komm her. Komm her. So, das Eis ist auch zerstört. Die Blume wurde ich auch analysiert. Ähm, so. So. Karte brauche ich und so. Und so. Und so. Und so. Nichts Spektakuläres zum Erzählen. Außerhalb dieser komischen Muls getötet. Ich kriege Silber. Schade, schade, schade. Ich leide jetzt vor meinen Füßen. Und ich habe einmal noch die Kettensäge. Okay. Es wäre heftig, wenn ich jetzt darauf gehen würde und sterben würde. Hm. Nee, nee. Nee. Okay. Ich muss was kurz mehr gucken bei den... Ach, Rampelverschwander. Blumen. Attribute. So. So. Eisblume. Okay. Das hier. Das war neu. Okay. Das war auch neu. Super. Das auch. Ich dachte, ich habe dir schon gezeigt. Die sind Penisblume. Ach. Das wollte ich ja nicht sagen. Verdammt. Ähm. Es geht weiter nach oben. Ben. Ich tätige alle Schalter. Besiege Feuerwesen. Ähm. Was ist das denn? Was zum Teufel ist das? Ähm. Ja. Hat ja eine bestimmte Bedeutung worden, dass es gerade so gezeigt hat. Was zum Teufel ist das denn? Okay. So. Ähm. Ich analysiere erst mal das Teil hier. Äh. Eisklaue. Nichts Eisklaue. Oder doch Eisklaue. Warte. Stand Feuerwesen. Dann musste ich daraus Feuer machen. Scheiße. Ähm. Okay. Das hier. Warte. Damit erhöhe ich sein Leben. Und so. Auch. Aber ich nehme ja das dann weg. Okay. Ah. Verdammt. Ach. Scheiß drauf. Was bist du für eine perverse Sau? Hä? Okay. Ich muss dieses Teil hier töten. So. 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 Und. Hab's geschafft. Nein. Noch einer von denen. So. So. Stirbst du jetzt endlich verdammt nochmal? Ja. Du stirbst. So. 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 Okay. Noch einer. Also sind die Schaltern eigentlich noch betätigt? Nein. So. Die gehen nach einiger Zeit aus. Okay, schnell da hoch So, geschafft Damit geht's dir auch, ganz schnell Scheiße, ich muss gleich einen Cut machen Verdammt Bronze Ja, ich wusste es Ich wusste es Okay Okay, okay, okay Ähm Was zur Hölle, hier gibt's nichts Okay Schade, aber hier gibt's nichts Dann geh ich mal raus Dann geh ich raus aus dieser Höhle Und geh hier hin Und geh den einzigen normalen Weg hin Den, äh Den wir einmal schon gegangen sind Och, an den kann ich mich noch erinnern An diesen bösen Ort Aber erst im nächsten Mal geht's hier weiter Tschüss